Wir haben uns Wolf Team geholt, ein Third-Person-Shooter mit Wölfen, glaube ich. Was ist da jetzt los hier? Da gibt es ein Netzwerkproblem. Ganz ehrlich, ich wäre echt schraubig, wenn wir die Trashnet damit abbenden müssten, dafür das Spiel nicht mehr zeigen. Wobei bei dem Spiel wäre eigentlich so, dass jede Sekunde, die gezeigt wird, eigentlich eine Schande für die Main-Chide ist. Leider gibt es ein Netzwerkproblem. Leider gibt es ein Netzwerkproblem. Alter. Mann, ich hasse MW3. Ja, weil du das nicht kannst und dann gibst du lieber mit so einem Wichsspiel ab, oder was? Leider gibt es ein Netzwerkproblem. Was ist das denn für eine scheiß Meldung? Deine Hurenmutter. Ich war bei Gott, war alles Wichser. Alles klar, los geht's. Standardmesser. Ich nehme Standardmesser. Okay, du hast doch so viele Auswahlmöglichkeiten, oder? Was ist denn das für eine Scheiße hier? Wieso, wieso haben wir denn nur Messer? Spiel starten. Alles klar, jetzt geht's los, oder was? Ja, Volker, mein Weckermesser, Junge! Red Team ist jetzt gewinnt. Ah, okay. Hast du diese enthusiastische Mitteilung gerade erhalten? Ja. Ich bin jetzt Monster-Wolf, Junge. Ich hab die dicksten Wolf-Kochones gerade. Weißt du, weißt du, auch gar keiner irgendwie mal... Mal irgendwie so eine spielbegleitende Musik oder so. Wenn ich mir letztes Mal mit meiner Nagelschere in den Zier geschnitten habe, beim Fusschen geschnitten habe ich genauso viel Spaß gehabt. So ein B-Land! Boah, ich könnte hier jetzt irgendwas kaufen. Wallet mich am Arsch, ey. Ich sollte mein Geld auf jeden Fall hier rein investieren. Alles, was ich jemals verdient habe, weil das Spiel ist richtig geil und sollte unterstützt werden. Ich fühle mich groß und stark, aber ich bin... War halt ne kleine Nigger-Nuggetschnitte. Oh, Dennis, ey, schon wieder! Alter, das Spiel ist scheiße! Weißt du, ohne Spaß! Ich hab selten ein Spiel gesehen, weil es so schlecht ist. Alter... Ganz ehrlich, ich darf einfach besser einen Eimer kotzen und darin rumrühren. Aber man hat nen Vergleich, ey. Ja, Alter, guck mal, das ist doch für einen schwulen... Entschuldigung, wir haben ja nicht so viele Schwule, ja. Aber das ist halt der Wirt der für einen Gayspier, ey, ja. Das macht die Sache natürlich viel besser, wenn man den englischen Ausdruck für schwul benutzt. Ja, also bin ich halt. Ach Gott, ey, das war... Hast du auch diese Spannung gespürt bei der Runde? Weil ich meine Masche...